Hallo, herzlich willkommen zu unserem Sharepeace Vlog. Heute möchten wir zwei Bücher vorstellen, Working with Conflict 1 und 2. Ich bin Christine Schweitzer, ich bin Geschäftsführerin beim Bund für Soziale Verteidigung und auch in der Bildungsarbeit tätig. Diese beiden Bücher stellen vielfältige Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung und der gewaltfreien Konflikttransformation dar und enthalten Arbeitsmaterialien, mit denen jede jeder sehr leicht die eigenen Bildungsveranstaltungen gestalten kann. Deshalb stellen wir sie hier auch vor. Wir hoffen, dass die Sprachbarriere nicht unüberwindlich ist, zumal das Englisch, in dem die beiden Bücher geschrieben sind, doch nicht zu akademisch und nicht zu schwierig ist. Das erste dieser Bücher ist im Jahr 2000 erschienen und wurde herausgegeben von der englischen NGO Responding to Conflict. Diese Organisation, die fast 20 Jahre existiert hat, hat ein weltweites Netzwerk von Friedensmacherinnen, Peacebuilderinnen aufgebaut, mit denen zusammen sie in erster Linie in der Bildungsarbeit zu Konflikt und Konflikttransformation tätig waren. Ich zeige hier das Inhaltsverzeichnis. Ich werde nachher durch die Inhalte dieses Buchs kurz durchgehen, um einen Überblick zu geben. Das zweite Buch mit dem gleichen Titel, Working on Earth Conflict 2, ist im Jahr 2020 erschienen und baut auf dem ersten Buch auf. Es wurde herausgegeben von Peace Direct, einer anderen britischen NGO, die sehr viel Materialien und ich glaube auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Responding to Conflict übernommen hat. Wiederum ist hier zu sehen das Inhaltsverzeichnis. Ich muss noch dazu sagen, vielleicht zum Format. Das erste Buch ist im Wesentlichen ein A4-Format, also ein großes Handbuch, wo auch einzelne Seiten sehr gut als A4-Blätter reproduziert werden können. Diese zweite Auflage ist nur halb so groß und die Bilder entsprechend auch etwas kleiner. Zu Geschichte dieser beiden Bücher ist vielleicht noch zu sagen, dass Peace is Wanting to Conflict auch dadurch bekannt geworden ist, dass sie einige Filme erstellt haben, unter anderem über Vajir. Das kennt vielleicht die eine oder andere. Das ist eine Geschichte von Frauen im Norden Kenias, die durch ihre Arbeit zwischen ethnischen Gruppen erreicht haben, dass ein langanhaltender, gewaltsamer Konflikt letztendlich beendet werden konnte. Sie sehen hier den Link zu dem YouTube-Video. Peace Direct, das ist hier die Webseite von Peace Direct. Ich zeige sie auch mal ganz kurz. Es ist wie gesagt eine andere britische NGO mit einem weltweiten Netzwerk, geben auch ein Newsletter heraus, den man bestellen kann und haben verschiedene Materialien, die sich durchaus lohnen, sich anzuschauen. Ich komme jetzt zu den Worten der Vorstellung der beiden Bücher. Das erste Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil dreht sich um Analyse. Es befasst sich mit unterschiedlichen Motivationen und Perspektiven, stellt mehrere einfach zu handhabende Methoden der Konfliktanalyse vor und diskutiert kritische Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Macht, Kultur, Identität, Gender, Rechte. Hier ist eine Abbildung aus diesem Buch, wo man einen Eindruck bekommen kann, wie die Grafiken aussehen. Dies zeigt hier den berühmten Eisberg. Nur ein kleiner Teil von Konflikt und Gewalt ist sichtbar. Darunter spielt sich sehr viel mehr ab. Oder hier eine zweite Grafik zur Konfliktanalyse, das sogenannte Konfliktmapping, bei dem man einzelne Parteien, Akteure eines Konfliktes aufzeichnet und durch verbindende Linien darstellt, welches Verhältnis sie zueinander haben. Der Teil zwei dreht sich dann um Strategien. Auch wieder ein illustrierendes Bild hier. Es geht darum, wie man wirksame Strategien zur Bewältigung von Konflikten entwickelt, einschließlich der Beeinflussung von der Politik innerhalb von Organisationen. Verschiedene Instrumente werden vorgestellt. Einige wurden bereits weiter oben und im ersten Teil als Methoden der Konfliktanalyse beschrieben und hier in diesem Teil dann weiterentwickelt, wie man von der Konfliktanalyse dann mit ähnlichen Grafiken, und ich habe hier ausgewählt, wie das Konfliktmapping mit den verschiedenen Akteuren, dann weiterkommen kann, um aus der Analyse zu einer Strategie zu gelangen. Hier ist noch ein weiteres Beispiel mit dem berühmten ABC-Konflikt-Dreieck. Teil drei ist übertitelt Aktion. Es geht um das Eingreifen in akute Konfliktsituationen, die Konflikte und Konsequenzen anzugehen und an den sozialen Gefüge zu arbeiten, das die Entstehung von Konflikten bedingt. Teil vier, Evaluation, stellt dann die verschiedenen, ich klicke mal zwischendurch weiter, stellt die verschiedenen Beziehungen dar, Methoden der Evaluierung und Lernprozessen vor, die man benutzen kann. Das zweite Buch, hier ist nochmal ein abschließendes Foto, Das zweite Buch, also wie gesagt, das, was im Jahr 2020, also ganz neu erschienen ist, ist eigentlich noch mehr als ein Selbstlernbuch aufgebaut als das erste, zumindest hat es auf mich so gewirkt. So wird zum Beispiel der Text in jedem Kapitel mehrfach durch Fragen zur Reflexion unterbrochen, bei denen man eingeladen wird, über das, was gerade dargestellt wurde, nachzudenken. Die ersten beiden Kapitel dieses Buches befassen sich mit uns selbst als Akteurinnen, unseren Ressourcen und der Macht, die wir haben oder haben können. Danach geht es dann weiter mit einem Abschnitt, ich klicke dabei so ein bisschen weiter, zu dem Thema Heilung, Healing, also Umgang mit Trauma und emotionalem Wohlergehen, als das, was unbedingt erforderlich ist, wenn man in diesem Feld der Konfliktbearbeitung arbeiten will. Denn wenn man selbst nicht im Gleichgewicht ist, dann kann man auch keine Friedensarbeit mit anderen betreiben. In Kapitel 7 stellt dann das Konzept der Konflikttransformation vor. Kapitel 5, Learning for Change, also Lernen für Wandel, weist darauf hin, dass Lernen und Analyseaufgaben sind, die die Arbeit stets begleiten, denn soziale Prozesse führen natürlich stets zu dem Unerwarteten und Dinge zu verlernen ist oft genauso wichtig wie etwas zu lernen. Ich klicke jetzt, ohne es weiter zu kommentieren, auch weiter durch ein paar Bilder, dass man einen Eindruck bekommt, wie das in der Praxis aussieht. Dann Kapitel 6 und 7 sind ähnlich wie das erste Handbuch, Konflikt, Analyse und Strategie. Und danach geht es dann weiter in Kapitel 8 mit dem Thema Dialog. Dialog ist ein Ansatz, der bei Evaluationen von Peacebuilding-Projekten, wie sie verschiedene Organisationen angestellt haben, oft nicht so gut abschneidet, weil zwar sehr viele Organisationen Dialog betreiben, aber wenn man dann fragt, was ist eigentlich erreicht worden, dann ist das Bild oft sehr gemischt und dieses Handbuch greift diese Kritik auf und zeigt, wie man Dialog so angehen kann, dass er tatsächlich eine nachhaltige Wirkung hat. Danach geht es dann weiter mit der Frage, wie soziale Bewegungen gefördert aufgebaut werden können. Dabei gibt es auch einige Beispiele überwiegend gewaltfreier Bewegungen zum Beispiel in Sudan, in Indien, Brasilien und Malawi. Und das Buch wird abgerundet, anders jetzt als das andere Buch, in dem beides integriert war. Dieses wird abgerundet mit einem Arbeitsteil mit praktischen Modellen. Es folgt dann eine Bibliografie, die auch im Übrigen auch Websites enthält. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild so gut erkennen kann. Das ist sowohl Literatur, aber eben auch Websites und andere Online-Tools, die man nachschlagen kann. Und außerdem enthält es einen Index, wo man wichtige Stichwörter auch noch nachschlagen kann. Ja, bewertend würde ich sagen, es gibt also sehr, sehr viel Positives über diese beiden Handbücher zu sagen. Was geschrieben ist, ist wissenschaftlich fundiert. Das kann man auch anhand der Referenzen, die jeweils angegeben werden, selbst überprüfen. Gleichzeitig sind sie aber, das hatte ich einleitend schon erwähnt, gut lesbar geschrieben und sind wirkliche Arbeitsbücher zur Selbstarbeit und zur Vorbereitung von Trainings und von Seminaren. Unzählige praktische Methoden können übernommen und selbst ausprobiert werden. Allerdings der Wermutstropfen. Die Materialien sind geschützt und dürfen, so steht es im Impressum, nicht fotokopiert oder auf andere Art und Weise weitergegeben werden. Für Buchbesprechungen ist es natürlich etwas anderes, aber für die Arbeit ist es verboten. Ich denke, die Versuchung war bei Working with Conflict 1, dem A4-Buch, vielleicht größer, weil das A4-Format sich wirklich anbot, Dinge auch direkt zu übernehmen. In dem zweiten Buch sind die Materialien leider, und das ist vielleicht ein kleiner negativer Punkt, so klein abgebildet, dass man sie eh für sich selbst wohl rekonstruieren muss. Und hier am Abschluss seht ihr, sehen sie noch die bibliografischen Angaben. Beide Bücher sind im Buchhandel noch erhältlich und auch zu Preisen, die ich denke noch vertretbar und auf jeden Fall lohnend sind, dieses Geld zu investieren für diese beiden Handbücher. Damit wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre.